Bundeskanzler Christian Kern sorgt vergangene Woche mit einem umstrittenen Saga für Aufregung. Der SPÖ-Chef bezeichnet die von Sebastian Kurz geforderte Schließung der Mittelmeerroute als populistischen Vollholler. Die Meinung des Kanzler teilen dabei nicht alle. Ein Salzburger Hotelier hat nun auf Facebook dagegen protestiert. Das Kern, die Flüchtlingspolitik von Kurz als Vollholler bezeichnet, ist nicht nur eines Regierungschefs unwürdig, sondern geht vor allem völlig an der Bevölkerung vorbei, so das Posting. Der Wird aus Zell am See kontert nun mit einer speziellen Aktion. Hollersaft gibt es einen Tag lang gratis.